Die Maden wollten das Vor unbedingt zurückerobern. Sie greifen uns mit One-Shots an. Sie wissen, warum die so heißen, oder? Dieses Geräusch nervt echt langsam. Hey, Pott, das steckt! Der Strand ist sauber! Wachsam bleiben, Kilo! 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 Sollte, der Vortik im Arifte ist immer falsch. Schaut euch nach Munition um, bevor noch mehr kommen. Schaut euch nach Munition. Schaut euch nach Munition. Schaut euch nach Munition. Das brauche ich. Wir haben noch viel zu tun, Damon. Gehen wir? Wir müssen sicherstellen, dass das alle waren. Wir müssen sicherstellen, dass das der letzte war. Wir müssen dann um uns zu brechen. Lassen wir dich. Weiter, Feuer! Ja, ja, ich bin die Hände, ich auch kommt schon. Oh, ich hab's. Dettel, ich hab' den Kopf. Oh, ey, baby! Ja! Das war's für heute. Oh yeah! Oh, Scheiße, das ist aber ne Menge Blut! Wir können mit einem der Boote zurückfahren. Das ist der Plan. Lasst uns das beenden, Kilo! Es ist kaum zu glauben! Das ist der Plan. Ich warte nur auf Sie. Beenden wir's! Die Leichtmassenrakete war startklar. Wir mussten Kahn finden, den Sender nah an ihn ranbringen und sie abfeuern. Und wo war Kahn? Omega hatte seine Seher am Museum ausgeschaltet. Damit würde er sich persönlich befassen wollen. Da waren Türme und Magen. Ne Menge Magen. Kahn wusste, dass wir kamen. Werbenscheibe Der Plan Der Plan Der Plan Der Plan Der Plan Der Plan Was ist das? Geh! Mein Gott! Das meiste erst nicht mein Glück. Was ist denn? Ich bin großartig! Hier! Mörser! Abkommen! Barriere unten! Es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an dir. Heiß gesichtet! Barriere unten! Hey, haben die Maden auf uns gewartet oder täusche ich mich?